Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Hier ist Tails und ja, wir spielen eine Runde Yoshi's Woolly World. Für alle, die den Stream so ein bisschen mitverfolgt haben, die haben es schon gesehen, dass ich das Spiel einmal durchspielt habe und viele haben gefragt, ob ich nicht noch mal 100% Run einfach für YouTube machen könnte und wird es dieses Mal schön machen. Ich werde zusätzlich in zwei Versionen anbieten, das heißt einmal, wo ihr mir zuhören könnt, wo ich das ein bisschen erkläre und dann, wo ich das Ganze ohne Ton spiele. Den Link findet ihr jetzt unten. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach rein ins Spiel und sofort geht's los mit der Geschichte. Willkommen auf dem Wollatoll, einer kleinen Insel inmitten des Bastelmeers. Hier leben die Yoshi's glücklich und in Frieden. Doch eines Tages... Hallo, kleine Yoshi's! Ich muss euch leider aufträuseln. Danke für euer Verständnis! Oh je, die armen Kleinen... So genau, dass ihr ewig kommt schon! Jetzt alle auf einmal! Das müsste reichen! Ich mach mich mal wieder auf den Weg! Bis dann! Ja komm, halt ihn auf! Das geht doch nicht! Ich habe die Scherereien mit euch Yoshi's! Sowas von satt! Oh je, da flüchtet er und nimmt die ganzen Woll-Yoshis mit. Okay. Zu Ende mit dem Frieden, dann werden wir unsere Freunde befreien müssen. Bleibt nichts anderes übrig? Doch bei seinem Abflug verliert Kamek etwas Wolle. Die Yoshi's halten eine Lagebesprechung ab. Wir retten die anderen! Wir müssen die Wolle zurückholen! Schnell, schnappen wir uns diesen Halunken! Und so beginnt ein neues, aufregendes Abenteuer für die Yoshi's. Werden sie ihre Freunde retten können? Viel Glück, ihr Yoshi's! So, dann starten wir einfach mal direkt rein. Und so das ist eine Läcke, der Schwung mit dem? Wir müssen sie nicht mehr auf die Schwerze machen. Wir müssen noch mal direkt rein. Wir können die Schwerze machen und die Schwung mit der Kuchen mit dem Abenteuerner ab. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020